Mein Name ist Clarice Precious Jones. Ich will aus Cover von so einem schicken Magazin. Ich hätte gerne einen Freund mit heller Haut und richtig schönen Haaren. Aber zuerst will ich bei so einem Video mitmachen. Du bist dumm geboren. Kein Schwein will dich und kein Schwein braucht dich. Die Schule ändert daran. Scheißdrick. Bewegt deinen Arsch zur Fürsorge. Du bist 16 Jahre alt, gehst noch zur Highschool, bist schwanger und du erwartest dein zweites Kind. Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn man dich nach deinem Zuhause fragt? Du musst schon antworten, wenn du Unterstützung haben willst, Sweetie. Gut gemacht, Mann. Precious, ich hab Hunger. Haust du mir endlich was zu essen in die Pfanne? Meine Lieblingsfarbe ist die Farbe Lila. Ich kann gut singen. Und ich bin hier, weil ich gern unterrichte. Ich bin Lorraine. Meine Lieblingsfarbe ist neonbeige. Und ich bin hier, weil ich meinen Abschluss will. Clarice, und was kannst du gut? Nichts. Jeder Mensch ist gut in irgendwas. Precious, willst du da oben bleiben und auf mich runterschauen, als wärst du eine Frau oder was? Du weißt gar nicht, was eine echte Frau ist. Echte Frauen opfern sich. Ich hab die Schnauze voll, du fette Schlack. Komm runter, du! Können wir über den Missbrauch reden? Bei Ihnen zu Hause. Sie wissen, wovon ich spreche. Sie sitzen da, verurteilen mich und machen irgendwelche Notizen, über was sie denken, wer ich bin. Niemand liebt mich. Doch du wirst geliebt, Precious. Bitte lügen Sie mich nicht an. Keiner hat hier für mich was getan. Nur mich geschlagen. Ich bin für die ein Dreck wert. Dein Baby liebt dich. Ich liebe dich. Ich bin für die Schnauze voll, ich bin für die Schnauze voll.